Ich bin die Tamara, ich bin seit drei Jahren bei Office4U und in der Beratung und Vertrieb tätig und bin mit meinen anderen Vertriebskollegen einer der Hauptanspruchspartner bei Office4U. Der Kunde lernt quasi zuerst bei mir, ich mache dann die Termine vor Ort, nehme die Räume auf und sammle quasi alle nötigen Informationen, die für den Innendienst und für die Planung notwendig sind. Weitere Aufgaben von mir sind natürlich auch, wie bei jedem anderen Vertriebser, die Neukundenakquise und die Präsentation unserer Lösungsvorschläge von unserer Planung. Bevor der Kunde eben zu uns in die Fläche kommt, um die Planung noch einmal gemeinsam durchzusprechen, suche ich mir nochmal alle Stoffe aus und Materialien aus, die wir eben in der Planung verplant haben. Die verschiedenen Produkte stelle ich eventuell auch nochmal zur Verfügung, dass der Kunde sie eben dann besichtigen kann und dass wir daraufhin dann eben eine gute Grundlage haben und dann die Planung in Auftrag zu geben. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich im Innendienst angefangen habe, auch in der Büroeinrichtungsbranche und sehr schnell gemerkt habe, dass das nur so diese typische Büroarbeit nicht für mich ist. Also ich bin sehr, sehr gerne beim Kunden und ich habe auch sehr gerne direkten Kontakt zum Kunden und ich bin einfach schon immer ein kreativer Mensch gewesen und habe dann einfach einen Job gesucht, der beides miteinander verbindet. Und deswegen ist es dieser Job, weil er mir unfassbar viel Spaß macht. Er nimmt die Kreativität auf, die ich gerne ausleben möchte in meinem Job und hat genau den Kundenkontakt, den ich eben einfach nicht nur am Telefon haben möchte, sondern wirklich vor Ort persönlich mit dem Kunden.